Der erste Willinger Kraxler Der erste Willinger wurde veranstaltet von Schiedsbebillingen und einer Brauerei. Die zu bewältigende Strecke ist zwar nur 400 Meter lang, aber mit einem Höhenunterschied von 156 Metern und 35 Grad Steigung an der steilsten Stelle eine heftige Herausforderung. Gut 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Start. Und ein paar hundert Zuschauerinnen und Zuschauer feuerten sie an. In vier Gruppen gab es Team und Einzelwertung. Nach der Hälfte der Strecke wurde gewechselt, wobei der obere Teil dann richtig hart war. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen Kampf um jeden Meter bis über die körperlichen Grenzen. Er hat einen Rund an dem Weg. 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 Komm, Lager! 100 Meter hast du noch! Auf uns, hopp! 0,13! Hopp! 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 Vor allem, wie will er jetzt auf die nächste Messe laufen? Hopp! Hopp! Hopp!